Stefanie Lorenz ist wegen schwerer Körperverletzung und Hausfriedensbruch angeklagt. Bis vor drei Monaten war die Welt für die 31-Jährige noch vollkommen in Ordnung. Die Angeklagte und ihr Mann Daniel verfolgten zielstrebig ihren Traum und sparten Eisern auf ein Eigenheim. Jeder Cent ging in einen Bausparer. Doch dann kam das böse Erwachen. Daniel Lorenz verließ über Nacht seine Frau Stefanie und zog zu der jungen, hübschen Fitnesstrainerin Lisa. Auch die 60.000 Euro für das neue Haus waren plötzlich verschwunden. Hat sich die betrogene Ehefrau wenig später in die Wohnung der Rivalen geschlichen und sie für die Demütigungen bitter büßen lassen? Sie heißen Stefanie Lorenz, geboren am 15. März 1981 in Mainz. Sie wohnen jetzt in Frankfurt am Mainz in Verheiratet und Versicherungskaufraum. Am 19.04.2012 verschaffte sich die Angeklagte gegen 15 Uhr mit einem nachgemachten Schlüssel Zugang zur Wohnung von Lisa Pfeffer in Frankfurt am Main. Dort nahm sie einen ätzenden flüssigen Rohrreiniger, füllte ihn in die Flasche einer Gesichtslotion und flüchtete. Nachdem Lisa Pfeffer in die Wohnung zurückgekehrt war und ein Duschbad genommen hatte, gab sie die Gesichtslotion in ihre Hände und verhieb sie im Gesicht, bis die ätzende Wirkung merklich einsetzte. Dieser Pfeffer erlitt wie beabsichtigt Verätzungen an den Händen und im Gesicht, wobei Letztere nur unter entstellender Narbenbildung verheilten, sowie eine Verätzung der Hornhaut des linken Auges, wodurch die Sehkraft um 40% gemindert wurde. Strafvertrag wurde form- und fristgerecht gestellt. Die Angeklagte wird somit der beabsichtigten schweren Körperverletzung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch beschuldigt. Strafbar gemäß § 123.1 und 2. Frau Lorenz, wollen Sie sich zu diesem Vorwurf äußern? Ja, sicher. Ich hab das nicht getan. Bitte, Sie müssen mir glauben, Herr Richter. Wenn Sie das nicht tun, dann ist für mich alles aus. Wenn ich hier heute verurteilt werde, dann nehmen die mir das Sorgerecht für meinen Kleinen weg. Ich lebe doch in Scheidung. Bestreiten Sie, in der Wohnung von Lisa Pfeffer gewesen zu sein? Nein, das stimmt schon. Das stimmt schon? Was wollten Sie denn dort? Ich wollte einfach nur in Ruhe mit meinem Mann reden. Wissen Sie, in der Vergangenheit, da sind ein paar unschöne Dinge vorgefallen. Aber ich wollte das Ganze hinter mir lassen, unserem Sohn zuliebe. Ich wollte die Scheidung einfach endlich sauber und in Ordnung durchziehen. Wie jetzt? Um mit Ihrem Mann in Ruhe reden zu können, dringen Sie in die Wohnung Ihrer Nebenbuhlerin ein? Und das um 15 Uhr zu einer Zeit, wo Ihr Mann gar nicht da sein konnte, weil er bei der Arbeit war? Ja. Ich meine, nein. Ich dachte doch, mein Mann wäre da. Als wir noch zusammengelebt haben, da hatte er immer Frühschicht. Und da war er um drei Uhr zu Hause. Ja, das kann ich bestätigen, denn nach meinen Recherchen steht auch fest, dass Ihr Mann die Arbeitszeiten erst eine Woche vor der Tat geändert hat. Und das war meiner Mandantin nicht bekannt. Ich musste dringend mit meinem Mann alleine sprechen. Und außerdem, immer wenn ich angerufen habe, hat er doch aufgelegt. Wie sind Sie denn eigentlich in die Wohnung reingekommen? Na, mit einem Schlüssel. Ja, mein Gott, den habe ich mal heimlich nachgemacht. Das war, als mein Mann mit meinem Sohn im Zoo war. Kurz nach unserer Trennung. Ich habe den Schlüssel aus seiner Jackentasche geholt, als die zwei raus sind. Und als Sie wiedergekommen sind, da habe ich ihn wieder zurückgetan. Zu welchem Zweck haben Sie den Schlüssel denn nachmachen lassen? Das kann ich selber gar nicht so genau sagen. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das war. Mein Mann verlässt mich nach sieben Jahren Ehe von einem Tag auf den anderen. Dann muss ich auch noch feststellen, dass er unser gesamtes Erspartes hat verschwinden lassen. Ich bin wie in irgendeinem Wahnsinns-Albtraum rumgeirrt. Ich habe ein paar Dinge getan, auf die ich nicht besonders stolz bin. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht wollte ich einfach sehen, wie die zwei zusammen leben. Diese Dinge, auf die Sie nicht stolz sind, mal ganz kurz. Da gehört zum einen die Aktion vom 29. März 2012. Da haben Sie so einen Handwagen vor die Arbeitsstelle Ihres Mannes gestellt. Da waren drauf getürmt etliche persönliche Gegenstände Ihres Mannes. Und da drunter dann die Unterschrift, das Eigentum eines Fremdgeers. So stand es da drauf. Ja. Gut, das war noch nicht alles. Am 17.04. wieder eine Aktion. Da haben Sie dann rohes Ei verteilt. Auf der Windschutzscheibe des neuen Wagens Ihres Mannes. Das ist auch richtig. Diese Aktionen waren sicherlich nicht schön, aber nach so einer bitteren Trennung doch emotional nachvollziehbar. Vielleicht sogar tatsächlich emotional nachvollziehbar. Aber doch nicht mehr, wenn es so weit geht, dass auch die neue Freundin behelligt wird. Was war denn das am 23. März? Schauen Sie mal das Plakat hier an. Ja, das hing in vervielfältigter Weise überall in der Nähe von dem Fitnessstudio herum, in dem die Geschädigte arbeitet. Darauf sehen wir das Gesicht von dieser Pfeffer, aber um es gleich zu sagen, nicht den Körper von ihr. Das ist der Körper von irgendeinem Nacktmodell, das dann da zusammengestellt wurde, irgendwie am Computer. Ich meine, wenn das nicht beleidigt und unverschämt ist, dann weiß ich auch nicht. Schauen Sie mal drunter. Dräckstflitzchen. Da stand noch drunter zu einem Überfluss. Ja, das war eben alles nicht so ganz einfach. Ich habe doch selber gemerkt, dass ich Mist gebaut habe. Ich wollte mich entschuldigen. Und deshalb musste ich an diesem Tag unbedingt mit meinem Mann sprechen. Aber mit der Säuregeschichte habe ich nichts zu tun. Ja, nur haben wir Ihre Fingerspuren an diesem Rohreiniger. Wie kommen die da hin, frage ich Sie. Ja, weil ich die Flasche angefasst habe. Die stand in der Küche auf der Spüle. Ich wollte mir die Hände waschen, da habe ich sie zur Seite getan. Die Fingerspuren meiner Mandantin wurden auch nur an der Flasche mit dem Rohreiniger gefunden und nicht an der Flasche mit der Gesichtsmilch, in die später der Rohreiniger eingefüllt worden ist. Sie wird die Spuren verwischt haben. Im Übrigen hat Ihre Mandantin die Tat im Vorfeld angekündigt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Klar war ich sauer auf Lisa, natürlich. Aber sowas hätte ich doch nie im Leben getan. Die hat doch bis an den Rest ihres Lebens Narben im Gesicht. Und ganz egal, was passiert ist, Lisa und ich, wir waren doch auch mal Freundinnen. Umso schlimmer muss es doch gewesen sein, was ich Ihnen angetan hatte, dass gerade Sie ihn, den Mann, ausgespannt hatte. Das ist jetzt wirklich simpel gedacht, Herr Staatsanwalt. Sie wollen mir doch nur aus meiner Reaktion als betrogener Ehefrau in den Strick drehen. Das sehe ich genauso. Im Übrigen übersehen Sie wieder, Herr Staatsanwalt, dass die Schwester der Geschädigten ebenso als Täterin in Frage kommt. Sie war wie meine Mandantin auch am Tatort und hatte die Gelegenheit. Nur hatte sie anders als ihre Mandantin kein Motiv, Frau Verteidigerin. Das können Sie gar nicht wissen. Aber vielleicht lassen Sie uns darüber noch mal reden, wenn wir mit der Zeugin selber gesprochen haben. Gut, aber zunächst möchte ich mit der Geschädigten selbst sprechen, wie sie den Tathergang sieht, wenn es keine Fragen mehr der Angeklage gibt. Nein, keine Fragen, vielen Dank. Lisa Pfeffer, bitte. Sie nehmen bei ihr Verteidigerin Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme. Guten Tag, Frau Pfeffer. Hallo. Ich mache mit dir Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn man was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Lisa Pfeffer, 25 Jahre alt. Sie wohnen in Frankfurt am Mainz. Sie sind ledig und Fitnesstrainer. Genau. In unserem Fitnessstudio haben wir uns auch kennengelernt. Sie hat vor ca. einem Jahr einen Sommerkurs bei mir gemacht. Verwandt verschwägert sind sie nicht. Nee, sie ist lediglich die Frau von meinem Freund. Von meinem Mann, den du mir ausgespannt hast. Naja, so war das jetzt nun auch nicht. Also, Daniel hat damals private Trainerstunden bei mir gebucht. Und wir sind uns näher gekommen, ziemlich schnell. Das hat sich einfach so ergeben, wie magische Anziehungskraft. Ja, toll. Ich gehe zum Sumba und währenddessen steigen die zwei mit. Was ist denn eigentlich dieses Sumba, genau? Ach, das ist diese neue Fitnesssensation. So eine Mischung aus Tanzen und Erobek. Super, zum Abnehmen. Ganz prima. Ich gehe ins Fitnessstudio, um für meinen Mann ein bisschen straffer zu werden. Und die hat nichts Besseres zu tun, als sich gleich hinter meinem Rücken an ihn ranzumachen. Also, die Angeklagte soll sich ja am 19. April 2012 Zugang zu ihrer Wohnung verschafft haben. Ja, und soll dort flüssigen Rohreiner in ihre Körperlotion gefüllt haben. Genau, das war das Allerallerletzte. Ich meine, ich verstehe, dass sie sauer ist. Ich verstehe auch, dass sie um Daniel kämpfen will. Es ist ein toller Mann, aber das geht wirklich gar nicht. Aber ich habe das nicht getan. Ehrlich. Entschuldige bitte, aber wer soll das denn sonst gewesen sein? Und vor allem, was hast du dir davon versprochen? Hast du gedacht, er kommt zu dir zurück, wenn ich so aussehe? Das ist doch Unsinn. Ich war das nicht. Also bitte, Sie wollten doch eigentlich mir jetzt erzählen, was da vorgefallen ist an dem Tag, oder? Ja, wir sind so gegen sieben nach Hause gekommen, Daniel und ich. Er holt mich immer ab von der Arbeit. Total süß. Und ja, dann bin ich schnell duschen gegangen, weil im Fitnessstudio habe ich das nicht mehr geschafft, weil er eben auf mich gewartet hatte. Und weil an dem Abend wollte ich eigentlich mit meiner Schwester noch ins Kino. Ja, und dann bin ich kurz vorher nochmal schnell, habe ich die Reinigungsmilch geholt, um sie mit unter die Dusche zu nehmen. Ist Ihnen irgendwas ungewöhnlich dabei vorgekommen? Nein. Nein, das war alles so wie immer. Ich bin duschen gegangen und habe mir diese Reinigungsmilch ins Gesicht geschmiert. Und dann hat es ein bisschen gebrannt. Und relativ schnell hat es nicht mehr nur noch ein bisschen gebrannt, sondern extrem gebrannt. Und dann habe ich es mir aus Reflex mit Wasser ausgespült. Und so muss es dann auch in mein Auge gekommen sein. Laut rechtsmedizinischem Gutachten haben Sie Verätzungen erlitten, und zwar an den Händen und an Teilen der Gesichtshaut. Anders als in den Händen sieht es wohl so aus, dass im Gesicht von einer dauerhaften Narbenbildung ausgegangen werden muss. Man sieht ja, dass Sie auch ein Problem mit dem Auge haben. Auch die linke Augenhornhaut ist verätzt worden. Genau. Und so wie es aussieht, lässt sich das nur beheben durch eine Hornhauttransplantation, um Ihre volle Sehkraft auf dem Auge wieder herzustellen. Ja, es ist echt schlimm. Also ich habe fürchterliche Schmerzen. Jetzt habe ich alles mit Spezial-Make-up abgedeckt und trotzdem sieht man es noch. Und mit dem Auge, man darf gar nicht daran denken, ich hätte blind sein können. So gesehen hatten Sie tatsächlich Glück im Unglück. Wann hatten Sie denn diese Gesichtsmilch zuvor zuletzt benutzt? An diesem Morgen. Ich nehme sie immer morgens und abends. Nun ist ja so, dass Sie die Angeklagte schon länger kannten. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zueinander beschreiben? Ja, anfangs waren wir eigentlich sowas wie befreundet. Deswegen dachte ich auch, dass sich alles relativ friedlich regeln lässt. Aber spätestens als Daniel zu mir gezogen war, ist sie komplett ausgerastet. Sie hat uns terrorisiert, sie hat ihn nonstop angerufen. Sie stand wegen jeder Kleinigkeit vor der Haustür. Da mussten wir den Kontakt abbrechen. Irgendwann hat sie mit diesem Rachezeug angefangen, Auto beschmieren und seine Sachen vor seiner Firma abgestellt. Ja, aber nicht nur bei ihm, Sie selber sind ja auch betroffen worden. Und ob. Sie hat dieses schreckliche Plakat von mir überall aufgehängt. Sie hat so eine Art, also das bin nicht ich, das ist eine Foto-Montage. Sie hat mein Gesicht auf den Körper von so einer Erotik-Tussi geklebt. Und am Anfang habe ich das gar nicht gemerkt, nur hat mich eben jeder blöd angegrinst im Fitnessstudio. Und als ich dann abends nach Hause bin, ja spätestens dann habe ich es gemerkt, dass die ganze Umgebung damit vollgebracht hat. Das ist das Plakat, was der Staatsanwalt hier hat. Der Hexflitchen steht da unter. Woher wusstest du denn, dass die Angeklagte dafür verantwortlich ist? Naja, also zum einen hatte ich eine Vorahnung und dann hat sie mich auch noch ganz dreist angerufen und frech gefragt, ob mir die Bilder gefallen. Und dann hat sich natürlich meine Ahnung bestätigt. Das tut mir ja auch ehrlich leid. Ich war wie eine Furie. Ich konnte überhaupt nicht mehr klar denken. Hör doch auf, ganz ehrlich. Das ist ja noch Kleinkram, den du da gemacht hast. Dafür haben wir dich noch nicht angezeigt. Aber das hier geht wirklich zu weit. Ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass es auch eine andere Person geben könnte, die für die Zitat verantwortlich ist? Wer denn? Ihre Schwester. Ich meine, immerhin war sie auch zu dieser Zeit in ihrer Wohnung. Ich habe das durchaus ernst gemeint. Nein, auf keinen Fall. Meine Schwester ist meine beste Freundin. Sie ist immer für mich da. Sie würde alles für mich tun. Es war Stefanie. Sie hasst mich. Haben Sie denn auch irgendwas von den Streitigkeiten zwischen den Eheleuten ums Geld mitbekommen? Ach so, ja, am Rande. Aber ganz ehrlich, für mich zählt nur die Zukunft mit Daniel. Oh, jetzt tu doch nicht so! Du weißt doch ganz genau, dass Daniel mich um 60.000 Euro geprellt hat. Er hat den Bausparvertrag aufgelöst und dann war das Geld auf einmal verschwunden. Aber das ist doch eine Sache zwischen dir und ihm. Das geht doch mich nichts an. Och, hör doch auf! Ihr steckt doch unter einer Decke, Daniel und du. Was? Das wird dir nur überhaupt nichts nützen. Daniel ist ein Fremdgeher, ein Lügner und ein Betrüger. Und irgendwann, da linkt er dich genauso wie mich und dann sucht er sich eine neue. Das glaube ich nicht. Das mit Daniel und mir ist für immer. Träum weiter. Ich verstehe, dass du das sagst. Ganz ehrlich, du bist frustriert und du hast ihn eigentlich nie verstanden. Und jetzt, wo du ihn so terrorisiert hast, da verstehe ich auch aber, dass er nicht mehr freundlich zu dir sein kann. Weiter fragen. Dann herzlichen Dank. Sie dürfen hin Platz nehmen. Daniel Lorenz, bitte, die Zeugin bleibt unverreidigt. Guten Tag, Herr Lorenz. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Sie wissen natürlich, dass er als Zeuge die Wahrheit sagen muss. Wer was falsch gesagt macht, macht sich strafbar. Vorsorge ich, 55 SDPO. Auf einzelne Fragen, die in die Richtung ziehen, wo sich vielleicht selbst irgendeine Straftat bezichtigen müssten, können Sie schweigen. Sie sind Daniel Lorenz, 34 Jahre alt. Sie wohnen in Frankfurt am Mainz. Sie sind verheiratet. Sie sind Anlageelektriker bei einem Elektronikkomponentenhersteller. Und die Angeklagte ist Ihre Ehefrau. Sie können auch insgesamt sagen, dass Sie nichts sagen wollen. Ich berichte ganz ehrlich. Sie und ich, wir sind nur noch auf dem Papier verheiratet. Und das Gott sei Dank auch nicht mehr sehr lange. Also ja, ich werde aussagen. Ihre Frau soll sich ja Zugang zur Wohnung ihrer neuen Lebensgefährtin verschafft haben und soll dort diese Gesichtslotion ihrer neuen Lebensgefährtin mit einem flüssigen Rohreiniger befüllt haben. Ich kann gar nicht verstehen, wie es soweit kommen konnte. Ich meine, ich hätte Sie ahnen müssen. Allein, wie Sie sich bei unserem Trennungsprozess aufgeführt haben, also sowas von asozial... Ich habe vielleicht ein paar Fehler gemacht, aber das wahre Dreckscheide ist doch du... Also jetzt mal, nein. Weder die Tonlage noch die Lautstärke und schon gar nicht die Wortwahl, die akzeptiere ich Ihnen. Nur, dass das klar ist, ja? Entschuldigung. Also, dieser Abend. Erzählen Sie mal, was war da am Abend los? Ja, Lisa und ich, wir sind so gegen sieben Uhr abends nach Hause gekommen. Sie wollte noch mit ihrer Schwester ins Kino, ist deswegen noch gleich ins Bad. Ich habe mir noch ein Bierchen aufgemacht. Und dann höre ich aus dem Bad raus schreien. Ich bin natürlich sofort hin. Und sie stand da mit knallroben Gesicht und schmerzverzerrt. Und ich habe natürlich sofort reagiert. Und habe ihren Bademantel rum, rein ins Auto und habe sie natürlich ins Krankenhaus gebracht. War Ihnen in dem Moment klar, was passiert war? Nein, ich habe auch erst später erfahren, dass meine eigene Frau so einen starken Rohrreiniger in dieses Gesichtszeug reingetan hat. Jetzt ist in der Tat der für die Tat benutzte Rohrreiniger aus dieser Flasche hier entnommen worden. Der stand im Haushalt der Geschädigten. Können Sie sagen, wo sich die Flasche befunden hat da? Ja, das müsste in der Nähe vom Spülbecken gewesen sein. Weil ich habe am Morgen festgestellt, dass das ein bisschen verstopft ist, wollte es gleich machen. Habe aber dann gesehen, dass das eine Stunde lang einwirken muss. Ja, und ganz ehrlich, ich bin berufstätig. Ich habe hier keine Stunde Zeit, am Morgen zu verschwenden. Und deswegen habe ich es stehen lassen. Ich glaube, in der Spüle oder daneben. Und da stand es dann. Und ganz ehrlich, ich würde ihr alles zutrauen. Sie hat das bestimmt genommen. Wie kannst du sowas sagen? Herr Richter, ich muss da mal was klarstellen. Bitte? Dann können Sie sich selber mal ein Bild davon machen, was für ein feiner Typ mein Noch-Ehemann ist. Ich habe ständig mir die Schuld gegeben, dass es bei uns in der Ehe kriselt. Kein Wunder. Ich meine, Daniel hat mich ja auch ununterbrochen kritisiert. Du bist zu Aufbrausen, zu Temperamentvoll, sowas weiß ich was alles. Und ich, Idiot, ich versuche auch noch, mich zu ändern, während er sich hinter meinem Rücken schon längst eine neue gesucht hat. Also bitte, jetzt verdreh ich ja nicht alles, ja? Unsere Beziehung, die war schon lange vorbei, ja? Und ja, ich habe mich zufällig neu verliebt. Ist halt so, ja? Warum, zufällig? Du hast dich doch ganz aktiv an Lisa rangemacht. Du hast doch sogar noch extra Trainerstunden bei ihr genommen. Ich, Blödmann, koche viermal die Woche Kartoffeln, weil wir aufs Haus sparen. Und der feine Herr Lorenz, ja? Der feine Herr Lorenz nimmt sich eine Personal Trainerin. Damit, dass die Jung und hübsch ist, hätte das natürlich überhaupt nichts zu tun, oder? Nein. Sehen Sie, Herr Richter, mit dieser Frau kann man einfach nicht normal reden. Erzähl doch mal, wie lange das zwischen Lisa und dir schon ging, bevor du mir was gesagt hast. Du, das ist halt jetzt hier überhaupt nichts zu suchen, ja? Ja, ja? Schämt sich der feine Herr Betriebsrat, der beliebte Supertyp. Ein Jahr lang. Ein Jahr lang hast du Lisa schon hinter meinem Rücken flachgelegt. Beschädigen Sie sich doch ein wenig. Und erzähl doch dem Gericht auch gleich mal, wo das Geld geblieben ist, ha? Sag's doch. Wo sind die 60.000 Euro? Also, erstens mal, ja? Es war mein Geld. Wie bitte? Was sagst du da? Ja. Du hast ja nicht alle Tassen im Schrank. Das war das Geld aus dem Bausparvertrag, den Daniel aufgelöst hat. Das war nicht sein Geld. Ich arbeite auch Vollzeit, aber ich verdiene nun mal nicht so viel. Also hat Daniel den Vertrag abbezahlt. Aber das Geld, das haben wir doch gemeinsam zusammen gespart. Das ist doch auch meins. Und auf wen lief der Vertrag? Auf meinen Mann. So und so, wie Sie es erzählen, dass er auf Ihren Mann lief und nur er einbezahlt hat, scheint es wirklich so, dass es dann das Geld Ihres Mannes gewesen wäre. Ja, ja, aber doch nicht nach der Scheidung. Mein Anwalt hat mir gesagt, dass ich wegen des Zugewinnausgleichs noch was dazukriege. Ja, kriegst du auch. Von all dem, was noch da ist. Aber ich habe dir auch schon sehr oft gesagt, leider habe ich einen Großteil von diesem Geld verspielt. Sie haben das Geld verspielt. 60.000 Euro. Na ja, das war mein Geld. Das war ein kleiner Fehler. Okay, das gebe ich zu. Aber ganz ehrlich, nach dem Ehekriegen mit ihr, muss ich auch mal raus. Dann bin ich ins Casino gegangen. Das ist doch gelogen. Das sagst du doch nur, weil du das Geld an mir vorbeischmuggeln willst. Das ist nicht gelogen. Ich kann es beweisen. Ich war im Casino. Ich habe sogar erst gewonnen. Erst mal 1.500 Euro gewonnen. Und dann kam eine kleine Pechsträhne. Ja, aber Sie wissen ja, wie man sagt, Pech im Spiel, aber Glück in der Liebe. Und zum Schluss waren nur noch 1.000 Euro übrig. Aber wie gesagt, es war mein Geld. Und ganz ehrlich, ich kann es beweisen. Eine Sekunde. Ich habe sogar die Eintrittskarte für diese Spielbank dabei. Nee, danke. Das wird an anderer Stelle zu klären sein. Das ist gar nicht unser Thema. Ich denke, dass der Schlagabtausch ganz interessant war. Gar nicht mal inhaltlich. Das war auch schön, aber vor allem akustisch. Ich frage Sie doch mal, Frau Lorenz, wie soll denn das geklappt haben, diese Idee, mal in Ruhe mit Ihrem Mann in der Wohnung der Nebenbuhlerin zu reden, wenn Sie es nicht mal hier schaffen, leise und ruhig mit Ihrem Ex-Noch-Mann zu sprechen. Aber es stimmt doch. Ich wollte einfach nur mit Daniel reden. Schon allein. Leise, ne? Aha. Schon allein unserem Sohn Florian zuliebe. Daniel ist zwar ein Arschloch, aber er ist immer noch Florians Vater. Jetzt hören Sie mal zu. Ich habe es Ihnen schon mal gesagt und ich möchte mich nicht noch mal wiederholen müssen. Ich dulde hier keine Kraftausdrücke und keine Beleidigungen. Also ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie nur zu uns in die Wohnung gekommen ist, um sich ruhig zu unterhalten. Nicht nach dem, was zwei Tage zuvor passiert ist. Wissen Sie was? Sie hat mein nagelneues Auto mit Eiern beschmiert. Wissen Sie, wie schwer das wieder runter zu kriegen ist? Ich kann Ihnen das gerne mal alles zeigen. Ich habe nämlich hier ein Foto davon. Ja? Naja. So sah das Ganze aus. Nicht schön. Eine Riesenschweinerei. Nicht schön. Na hoppla. Das wundert mich jetzt aber schon, dass du hier damit anfängst. Möchtest du dem Gerichtsleiter auch erzählen, wie du auf das bisschen Ei auf deinem Auto reagiert hast? Ach komm, das hat jetzt hier überhaupt nichts zu suchen. Nicht? Dann mache ich es halt. Er hat mich geschlagen. Er hat mir so stark aufs Kinn geboxt, dass es danach noch tagelang blau war. Und das nur, weil ich sein Auto ein bisschen beschmiert habe. Ach, wobei, was sage ich da eigentlich? Ist ja gar nicht dein Auto. Das Auto ist ja auf Lisa zugelassen. So ein Zufall aber auch, da taucht es nicht in der Vermögensaufstellung auf. Also, meine Liebe, ich habe dich nie geschlagen. Und ich finde es schade, dass du diese Lügen jetzt hier von dem Herrn Richter ausbreitest, wo sie nichts zu suchen haben. Das wird im Grunde im Ermittlungsverfahren gegen Sie zu klären sein, aber nicht hier heute. Ja gut, ich meine, die Sache mit dem Auto war natürlich nicht das Einzige. Vielleicht erzählen Sie doch von einem anderen Zwischenfall. Ja, richtig. Ich habe nämlich noch ein Foto. Wissen Sie, plötzlich stand vor meiner Firma so ein Rollwagen mit all meinem persönlichen Zeug. Und obendran noch so ein Schild mit Eigentum des Fremdgeers. Da können Sie sich vorstellen, wie peinlich das ist vor allen Kollegen und dann steht sowas. Ja, weil die auf einmal gesehen haben, was du in Wirklichkeit für ein Typ bist. Mein Mann würde ohne Mühe jeden Beliebtheitswettbewerb gewinnen, vor allem auf der Arbeit. Die wissen ja nicht, wie er privat ist. Und dass du dir von unserem Ersparten, das du angeblich verspielt hast, mit deiner Neuen eine Wohnung kaufen willst, das erzählst du auch keinem. Stimmt das? Wollen Sie eine Wohnung kaufen? Ja, das stimmt. Allerdings nicht mit dem Geld vom Bausparvertrag, weil, wie Sie sich erinnern können, das habe ich leider verspielt. Aber Lisas Eltern waren so großzügig und haben uns einiges Geld zur Verfügung gestellt. Wir haben schon das Hand verloren. Also Sie gehen in diese Wohnung rein und finden dort diese Pläne für dieses Immobilienvorhaben. Ich meine, da müssen Sie doch schlagartig sauer geworden sein. Ja, klar. Ich habe aber trotzdem nichts gemacht. Klar war ich sauer. Aber mehr auf meinen Mann als auf Lisa. Wie viel Geld wollten denn die Eltern Ihrer Freundin zu dem Wohnungskauf beisteuern? Das waren exakt 20.000 Euro, damit wir einen guten Kredit bekommen. Stolz. In dieser Stelle, Harald, nochmal vielen Dank für alles. Das ist übrigens Herr Pfeffer, der Vater von meiner Freundin. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Ihrer Freundin und deren Schwester? Wie kommen Sie jetzt auf so ein Thema? Beantworten Sie doch einfach mal meine Frage. Zu Eva? Ja, eigentlich ganz gut. Eigentlich? Was heißt das? Ja, es gibt keinen Streit zwischen den beiden. Höre ich da ein Aber raus? Ja, ich meine, von der Person her sind beide sehr verschieden. Deswegen wundert es mich auch immer, dass Sie zusammen einiges unternehmen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, nee, es ist alles gut. Reden Sie ruhig weiter, das würde mich gerade mal interessieren. Ja, aber das hat jetzt hier überhaupt nichts zu suchen. Das würde mich trotzdem interessieren. Ja, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass Eva nicht immer ganz aufrecht ist. Was? Wieso denn nicht ganz aufrecht? Sie hilft uns, wo sie kann. Sie ist total süß. Ich weiß es auch nicht. Natürlich hilft sie uns. Wissen Sie, sie ist arbeitslos, hat keine Beziehung. Deswegen macht sie ab und zu für uns Besorgung, Einkäufe. Auch an diesem Tattag war sie für uns in der Wäscherei und hat da was erledigt. Und ich finde das ja auch ganz toll von ihr. Nur manchmal, ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Manchmal habe ich das Gefühl, sie ist einfach so ein bisschen eifersüchtig. Was? Also wirklich, ich bin oft deiner Meinung, aber das ist totaler Quatsch, was du da jetzt redest. Ja, Schatz, ich weiß auch nicht, wie ich es genau sagen soll. Erinnerst du dich zum Beispiel noch an dieses Foto von deinem Geburtstag? Ja. Wo du die Kerzen ausbähst und alle deine Freunde sind um dich herum und sind glücklich und freuen sich mit dir. Nur deine eigene Schwester steht hinter dir mit einem Gesicht, dass man denkt, sie will dich gleich erwürgen. Hat nicht jeder, jeder von uns so ein Foto, auf dem er einfach gruselig aussieht. Und sogar mit Eva selbst habe ich mich damals noch drüber kaputt gelacht. Also das hat doch gar nichts zu sagen. Nun ist es aber so, dass die Schwester ihrer Freundin am Tattag auch unbeaufsichtigt in der Wohnung war und damit auch die Gelegenheit hatte, die Tat zu begehen. Also bitte, was wollen Sie hier sagen? Also ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, dass Sie auf sowas hinaus wollen, ja, dann hätte ich ihr nichts gesagt. Die wahre Schuldige sitzt direkt neben Ihnen. Hier, meine Frau war es, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir da keinesfalls sicher. Gut, wir können Sie jetzt direkt selber befragen. Fragen noch an den anderen? Danke schön. Eva Pfeffer bitte und zieht auf den Platz. Danke.